Zurück zu SOMA. Ihr könnt extrem dankbar sein, dass ich jetzt erst mit der Aufnahme anfange, weil ich habe das Gefühl, der Ladebildschirm hat gerade ganze 20 Minuten gebraucht oder so ähnlich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, wir waren dabei, diesen Typen von den Toten auferstehen zu lassen. Brandon One. Genau, weil wir brauchten ein Sicherheitspasswort von ihm, um unser U-Boot zu starten, glaube ich. Ich glaube, sowas war es. Und es hat nicht ganz funktioniert, weil er sofort in Panik ausgebrochen ist, weil wir sein Unterbewusstsein hochgeladen haben und das sozusagen befragt haben nach dem Passwort. Und er hat das sofort rausgekriegt. Vielleicht, wenn er am Strand ist. Das war so schlecht. Das Truma hat mich wirklich gut gemacht. Bastard. Was? Wie kam ich hier? Mr. Wan, ich brauche Ihre Hilfe. Dr. Chun, ist das Sie? Was ist das? Was ist das Ort? Juste calm. Take a deep breath und... Enjoy die scenery für einen Moment. Dr. Chun? Was für eine Pussy. Ich glaube, er ist einfach ein Riesenpussy, der einfach sofort die Nerven verliert. Können wir dem nicht einfach erzählen, dass er schon auf der Arc ist? Das wird er doch glauben, oder nicht? Aber ich glaube, wir müssen... Wir müssen noch was anderes hochladen. Aber was? Den Scan Room haben wir, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, ich versuche es nochmal mit dem Scan Room. Das war nicht so schlecht. Das Truma hat mich wirklich getrunken. Bastard. Was? Wo ist es? Alice? Mr. Wan, kann ich hören? Chun? Wo ist Alice? Sie hat zu gehen. Hör, ich muss wirklich wissen, die neue Sicherheitsgefahr. Was hat der Typ denn für ein Problem? Was hat der Typ denn für ein Problem? Alice. Ich glaube, wir brauchen Alice. Die habe ich, glaube ich, schon alle durchsucht. Wo kriegen wir Alice her? Hauptsache, ich muss nicht zurück in den Keller. Alice. Hier geht's. Brandon Wanns Room. Ich werde dir einfach überprüfen. Ach, jetzt geht das. Wenn wir ihn kennenlernen, vielleicht können wir die Simulation ein bisschen leichter machen. Ja, vielen Dank, dass du so über mich drüberquatschst. Danke. Wieder was zum Lesen. Macht Stopp, wenn ihr es lesen wollt. Hm. Was ist das? Achievements of the Engineering Youth. Ja, ist ein Nerd. Nun gut. Gucken wir uns ein paar Fotos an. Und schließlich hören wir uns das hier noch an. Ja. Ich denke, ich habe nur Alice gesprochen mit Brandon auf der Intercom. Sie sind bereit, sich zu gehen. Du hast das von der Intercom? Es muss ein Transmission Buffer sein. Hör auf. Great. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich denke, wir haben das, Simon. Ich kann die Alice aus der Intercom synthesieren und es benutzen, um sie zu verabschieden. Wir können sie sich um sich zu fühlen, um zu öffnen. Und überhaupt nicht unheimlich oder verwerflich. Ich fasse nochmal zusammen, wir simulieren... Ich fasse nochmal zusammen, wir simulieren... Ich fasse nochmal zusammen, wir simulieren jetzt diesen toten Typen in einem Computer, also seinen Verstand. Und als wäre das noch nicht genug, simulieren wir gleichzeitig seine tote Freundin, die seinen toten Geist davon überzeugt, uns eine Nummer zu verraten, die wir brauchen. Und danach löschen wir sie alle wieder. Das ist absolut cool. Ja, doch. Warum nicht? Machen wir doch! Alice! I doing this! That wasn't so bad. Das ist für them are really gut, wir werfen auf fast. Well, that's what you get los lesen durchs stories. I guess I had it coming. ением unsere Strohmer. He's sending you the new site for ASAP. What should I tell him? It's all right, I can talk to him. Wait! Didn't Shawn just tell you to take it easy? Boah, okay. Mit den Daten? Ich meine, die Simulation läuft ja nicht. Jetzt ist ja alles nur hier gespeichert. Wer weiß, was noch passiert, ich werde es nicht löschen. Kann ich das mitnehmen? Vielleicht kommt ja irgendwann mal jemand hier vorbei. Und dann können diese Leute auf den Festplatten weiterleben. Was mir gerade auffällt, warum ist Simon außer Atem, wenn ich laufe? Ich meine, er ist doch wie nur eine Maschine. Ich weiß nicht, was der real Simon hätte gedacht, wenn du über mich erzählst. Was hast du gesagt? Du wisst über dich selbst. Nein, ich meine, der real Simon. Der Mensch. Wenn du mit deinen Reaktionen bist, würde ich sagen, dass du ziemlich entspricht. Hm. Hm. Da bist du. Du bist nur mit dem Dunbat für uns. Ich habe mich verletzt, alsof es braucht einen Moment. Okay, das ist alles. Das ist alles. Lass uns gehen und... Huh. Das ist witzig. Hm. Nichts. Was soll ich machen? Geht in den Dock. Der Omni-Tool kann die Tür jetzt öffnen. Und geh in den Dunbat. Dann leg ich mich in und ich werde uns in den Abiss nehmen. Das klingt leicht genug. Hurra. Du bist gleich, Cat. Trotzdem alles ziemlich verwerflich. Ich weiß nicht, warum sie das so wegsteckt. Es scheint ihr echt egal zu sein. Gut. Die Dunbat. Okay. Wo fange ich an? Hallo? Hallo? Oh. Ah. Du bist du auch offen! Das ist ehrlich. Das ist neol Kalaual Мосkennus. Das ist unfair. Ich bin. Ich bin. Was? Ähm. Hallo? Na toll, jetzt kriege ich wieder durch irgendwelche Dinge, weil Catherine es verbockt hat, die sowieso irgendeinen Dreck am Stecken hat. Ich wusste es die ganze Zeit, aber das ist doch jetzt mehr als offensichtlich. Gut, ich spiele. Hallo. Aha. Oh. Äh. Aha. Oh. Das ist es. Das gefällt mir. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Wir waren doch gerade dabei, irgendeinen richtig geilen Scheiß abzuziehen und dann hat sogar das blöde U-Boot eine eigene Intelligenz oder eine eigene Persönlichkeit. Und jetzt sind wir hier... Wo? Was ist hier los? Was ist hier? 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 Es ist hier, dass wir uns nicht auf den Arken erneut. Es gibt ein Prototypen und alles. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get a song? How difficult could it be? Okay. Launch Ark. Und da ist er bei Tau. Tief im, was ich annehme, was der Abyss ist. Please fill out this short survey. Ja, okay, meinetwegen. What would become a... ...spinner... ...is the most logical concept of saving mankind and that we should spend as much time as we need to complete it. Ja, klar, warum nicht? Ein kleiner Preis zu bezahlen. Ja, ja, schon. Auch wenn man sich danach alle umbringt, aber... ...it could be shot into space. I think the Ark should leave Earth behind and be launched into space. Weiß ich nicht. Warum nicht ist sie hier auf der Erde belassen? Ich meine, macht das so einen Unterschied, da... ...im Weltraum könnte es in den... ...den Orbit von irgendeinem anderen Ding, ja, nur es könnte von den Meteoriten getroffen werden, es könnte allen möglichen Sachen passieren. Ich bin nicht überzeugt, dass wenn wir tausend Jahre bei völlig normaler Geschwindigkeit fliegen, dass wir dann... ...dass wir dann automatisch Aliens treffen, die uns cool finden oder so, also ich würde eher sagen... ...nein. Ich denke, wir sind im Risiko, dass unsere Menschheit verlieren, wenn wir uns selbst aus einer Krankheit und unserer Krankheit verhindern. Ist das dieses alte Ding von wegen... ...die Angst vor dem Tod macht das Leben überhaupt erst lebenswert? Scheiß auf das. Hm. Künstliche Intelligenzen. But with childlike and naive sensibilities. Oh, Jesus, soll das heißen? So, wir sind 58 Menschen, alles hochintelligente Wissenschaftler und irgendwelche Brodis und weiß nicht was, aber wir brauchen... ...wir brauchen Kinder dabei? Oh, Feier. Ja, einerseits schon, also... ...der Mensch möchte ja was, worum er sich kümmern kann. Ja. Ah. Okay, da waren die Leute auch ein bisschen zerstritten. Und hier auch. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Warum habe ich das gemacht? Ja. Das ist gut, okay. Bitte stoppen auf Omicron, dann Tau, dann 5. Let's do it. Oh, jede Menge zu lesen. Viel Spaß damit. Buchstaben und Zahlen. Mhm. Alles klar. Oh. Oh. Oh, dein Foto. Oh, dein Foto. Ein Foto? Wirklich? Wer sind das denn? Der Welt war tot. Danke, Simon. Ich dachte, dass ein F***er nicht bis zum 22. Jahrzehnt wurde. Jetzt weiß ich es besser. Hol doch. Was ist das Ding? Ich schätze mal, Strahlung ist mir jetzt relativ egal, oder? Oh, mein Gott, das ist ein F***er. Ich bin 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 ein F***er. Du bist das Beste aus beiden Worlds. Ein kundes Geist und ein kundes Körper. Ich bin ein F***er. Ich bin ein F***er. Ich verstehe das Konzept, aber ich weiß nicht die Spezifiken. Ich wünsche mir wirklich, wie das Daten ausprobiert wird und verfolgt. Aber ich meine, das ist ihm nicht aufgefallen, dass er im Körper einer Frau steckt oder im halben Roboter-Körper einer Frau? Was? Hier. Okay. Was? 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 wäre KörEX-Körper. Was? 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 演 mit Filmen-Angesintrookorn issuer. Wo ist... Okay, Jen... Was? Was muss ich hier jetzt machen? Was? Oh... Jetzt ist es zu viel. Jetzt ist es zu viel. Das verstehe ich nicht. Was soll ich denn machen? Ja, das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Das verstehe ich nicht. Und jetzt? Ja, das ist zu viel. Das verstehe ich nicht. Kann ich nicht hier einfach raus? Nein, kann ich nicht. Und wie genau? Und was genau muss ich tun? Und was gebe ich da genau ein? Und am Computer, welche Knöpfe drücke ich? Du bist keine Hilfe. Habe ich hier was überlesen? Also hätte ich hier was lesen müssen? Nee. 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 Kann ich das überhaupt irgendwo nachlesen? Nee. Kann ich das überhaupt irgendwo nachlesen? Ja. Ja, nun. kriege ich keine Tipps? Das ist etwas. Das ist etwas. Ja, nun. Ich bin leicht überfordert. Okay. Okay. Ich hab's geschafft. Irgendwie. Will ich mich selber mal laden? Ich hab David Muncie gelöscht. Ha! Witzig. Witzig. Was mach ich hier? Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ach, Catherine. Erklär doch mal bitte, was du tust. Ich hab's geschafft. Mhm. Mhm. Gut. Und ab hier sind wir da auf uns allein gestellt oder wie? Oh. Nun gut. Gut. Ich verstehe. Okay. Okay. Gehen wir lieber hier lang. Okay. Okay. Ist der über uns? Ich hab's geschafft. 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 Ich habe mich nicht mehr schlapp. Ich hab's geschafft. Witzig ist mir nicht mehr schlapp. Ich habe die Kniegeltung in der Kniegeltung. Ich habe die Kniegeltung in der Kniegeltung. 25! Das bedeutet, dass du auch steigst! Nur eine Art, um dich sicher zu halten! Geh den Shuttle und geh zu Omicron! Verdammt, Juan! Du musst nur der Hero sein, du Bastard! Schau mal, Herr. Sag mir, was ich will. Oh, das sehe ich jetzt aus. Können die nicht noch ein bisschen lauter aufgehen? Wie wirst du den hier einfach wieder zumachen? Sarah, wie in der Hölle werden wir sicher, dass die Art es erreicht hat? Jeder Launch ist ein Schrappschuss, du weißt das. Ich wünsche nur, dass diese Zahlen besser sehen würden. Was interessiert du? Es ist nur ein Paket von Daten, richtig? Ja, nur ein Paket von Daten. Nur Daten. Payload. Hallo? Ist das hier... ...im selben Komplex wie ich, oder...? Hört sich das nur so an. Eww! Muss ich mir das anschauen? Hm. Was für eine Konferenz war das hier? Im Konferenzraum. Bin ich das, der diese Geräusche macht? Um. Hm. Möchte ich das hier alles so aufmachen, wie ich das gerade mache? Alles klar. Das war's für heute, Januar 16, 104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, water. Akers has clearly been consuming large amounts of starchy gel for weeks, probably. It's difficult to tell how this has affected his health beyond the obvious number of things and if it somehow caused him to gouge out his eyes. Geh woanders hin? Oh! 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 Wenn ich es nicht ansehe, dann greift es mich nicht an. Der muss mich hier gesehen haben. Hallo? Echt jetzt? Ich sehe es, aber... Dennoch... Wir wollen es nicht übertreiben. Deswegen mache ich jetzt mal ganz schnell mit dem Lesen. Hier fehlt was. Oh, was ist das? Wie meinen Sie... Was? Okay. Okay. Ich glaube, das hier hören wir uns noch schnell an. Ich höre Sie, Branden. Was hast du? Achers und seine Krüter sind ferocious. Sie picken auf jeden Weg. Es gibt keine Art von ihnen. Dann werden wir sie finden. Wir müssen nach dem Shuttle gehen. Und enden, wie Schenken Adams? Nein, keine Chance. Listen, ich werde eine Distraktion machen und holen sie zu mir. Geh die Gang nach dem Shuttle station. Warte, Branden. Was machst du? Was machst du denn? Nicht Angst, Alice. Ich werde zurück, als Sie sagen, dass Sie sich nicht mehr schützen. Wenn Sie sich die Shuttle auf, dann sind Sie bereit, um zu gehen. Du bist sicher, dass Sie das nicht? Ich habe nicht gedacht, dass Sie sterben, heute Morgen. Ich sehe die Shuttle. Okay. Nun, aber wir müssen den Schlüssel suchen und ich habe gerade, was habe ich, ach, was habe ich aufgemacht? Das Management, glaube ich. Und hier läuft so ein Arschloch rum. Aber um das Arschloch und um den Schlüssel und darum, dass wir mit dem Aufzug nach unten kommen, kümmern wir uns nächstes Mal, weil wir gerade mega sicher hier sind und ich auch viel zu müde bin, um noch weiterzumachen. Von daher sparen wir uns ein wenig der Spannung bis nächstes Mal. Ciao.